Fahrschule Als Vorbereitung und Hilfe auf Deutsch und Tigrinja Klasse B Eine theoretische Prüfung hat 30 aus etwa 1200 Fragen. In diesem Video werden 10 Fragen übersetzt und beantwortet. Die Pkw fahren 30 km pro Stunde. Dürfen sie beide noch vor der Kurve überholen? Nein, weil ihr Überholweg zu lang würde. Nein, weil die unterbrochene Linie nicht überfahren werden darf. Nein, weil der helle Pkw zum Überholen ausscheren könnte. Die Pkw fahren mit der Kiste. Ich habe die Pkw fahren und schrecken. Die Pkw fahren mit dem Angolischen Gelegenheit. Nein, weil sie nicht die Nachricht. 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 Die Antworten 1 und 3 sind richtig. Selbst wenn die Fahrzeuge relativ langsam fahren, ist ein Überholen sehr gefährlich, wenn ein Fahrzeug plötzlich aus der Kurve kommen würde. Das gilt auch für den Fahrer im hellen Pkw, wenn er überholen will. Die Antworten zu den Bewerbungen sind. Meine Damen und Herren, ich bin ein bisschen zu sehen. Ich habe eine Ausbildung für die Berge von den Bewerbungen und die Bewerbungen, die ich schon wiederum bin. Ich habe eine Ausbildung für die Bewerbungen, die ich für die Bewerbungen habe. Ich habe eine Ausbildung für die Bewerbungen und die Bewerbungen. Wir haben noch einen Tag in den letzten Tag in den letzten Tag. Wo tritt besonders häufig Aquaplaning auf? In Fahrbahnsenken, an Bahnübergängen, bei Spurrillen in der Fahrbahn. Die Antworten 1 und 3 sind richtig. In Fahrbahnsenken und in Spurrillen bilden sich schnell Pfützen. Fahre ich zu schnell durch diese, kann es zu Aquaplaning kommen und ich verliere die Kontrolle über mein Fahrzeug. Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ein sehr guter, Selestin. Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich mich in der Nähe des Stadionskons, dann ist es eine sehr gute Frage. Ich habe mich in der Nähe des Stadionskons. Was müssen Sie über die Benutzung der Rückspiegel wissen? Nach rechts hat der Innenspiegel keinen toten Winkel. Rückspiegel müssen auf den Fahrer eingestellt sein. Fahrzeuge und Fußgänge in einem toten Winkel kann ich nicht sehen. Wenn Sie die Rückspiegel nicht sehen, können Sie die Rückspiegel nicht sehen. Wenn Sie die Rückspiegel nicht sehen, können Sie die Rückspiegel nicht sehen. Wenn Sie die Rückspiegel nicht sehen, können Sie die Rückspiegel nicht sehen. Sie können Sie die Rückspiegel nicht sehen, wie die Rückspiegel nicht sehen. Die Antworten 2 und 3 sind richtig. Ist vor mir ein Anrennen in dem Fahrzeug gefahren, muss ich die Spiegel auf meine Augenhöhe neu einstellen. Außerdem muss ich wissen, dass jeder Spiegel einen toten Winkel hat, in dem ich nicht sehe, was dort ist. Ich möchte, dass jeder Spiegel einen toten Winkel hat. Wie schnell darf ein Kraftfahrzeug mit Schneeketten höchstens fahren? … Kilometer pro Stunde. Die Antwort lautet 50 Kilometer pro Stunde, fahre ich mit Schneeketten beträgt die Höchstgeschwindigkeit 50 Kilometer pro Stunde. Ein Langsamfahrer hindert sie am schnellen Vorwärtskommen. Was ist richtig? Ich fahre ganz dicht auf, um den Überholvorgang zu verkürzen. Ich fahre hinter ihm her, bis eine Gelegenheit zum Überholen kommt. Ich fordere ihn mit der Lichthupe auf, schneller zu fahren. Von der Schwerpunkt Alsramentale ist das Mannes im Livest. Ich habe die Kuhaz mit den Absatzel. Die Kuhaz gellerte die Kuhaz gellig. Ich habe das Schwerpunkt, wenn das Kuhaz oder so ein Ver gebe ich, was nicht zu sagen. Wir haben keine Gelegenheit. Ich habe die Kuhaz gestern. Ich habe die Kuhaz gelesen, dass du einen Kuhaz ge왔est gesetzt ist. Ich habe die Kuhaz geöffnet. Ich habe die Kuhaz geholfen. Die Antwort 2 ist richtig. Ich mache keinen Stress, sondern fahre mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand hinterher, bis ich ohne Gefahr überholen kann. Die Antwort 2 ist ein, was ich mit der Frage zu machen. Vielen Dank für die Frage. Sie können sich auch mal die Dinge zu tun und die Bewerbung zu machen. Sie können sich ohne Gefahr über die Bewerbung zu machen und das Problem zu machen. Die Bewerbung zu machen ist, dass ich die Bewerbung zu machen und die Bewerbung zu machen. Sie fahren auf einer Straße außerhalb geschlossener Ortschaften und wollen einen Pkw überholen. Wo sollte das Überholen spätestens beendet sein? Vor einem Überholverbotszeichen für Kraftfahrzeuge aller Art, vor dem Beginn einer durchgezogenen Linie, in Klammern Fahrstreifenbegrenzung, vor dem Beginn einer Leitlinie. anie Langeselling Be dém lamb�ー eine Angrasmine으로 Canal往 betr Infine und nach ножlNagrimine, der st Brockhommor betrachtet man ihn lastig, rice hat sich an … habe ich sieis in einem Wienbau von Dostoyan Rezept-バgrusen, bis ich sie für den L aqu…. und�� muss diesen Anschluss even trafen. und jetzt muss man Being someone in dieser Formal處 kommen, oder eine SCHLE. und wir können, dann machen wir Jesus costs. Die Antworten 1 und 2 sind richtig. Hinter einem Überholverbot-Zeichen und ab Beginn einer durchgezogenen Linie darf ich nicht überholen. Es muss auch jeder Überholvorgang abgeschlossen sein. Die Antworten werden wir noch einmal an. Mit einer an zu einem Bezüger und 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 einem Bezüger. Wir haben eine Art und Weise, die wir uns mit einem Bezüger und einem Bezüger in die Hand zu verändern. In welchen Fällen dürfen Sie auf dem rechten Fahrstreifen nicht parken? Wenn rechts ein geeigneter Seitenstreifen vorhanden ist, wenn zwischen Ihrem Fahrzeug und der Fahrstreifen Begrenzung nicht mindestens 3 Meter frei bleiben, wenn dort Schienen verlegt sind. Angeleiten erst zu Regionen kommen. оп, Alle drei Antworten sind richtig. Lesen Sie bitte die Antworten noch einmal und merken Sie sich, wo Sie nicht parken dürfen. Hallo, ich bin froh. Ich bin froh, dass wir uns in der Zeit haben. Ich bin froh, dass wir uns in der Zeit haben. Ich bin froh, dass wir uns in der Zeit haben. Sie sind mit einem Reifen heftig gegen ein hartes Hindernis gefahren. Was müssen Sie tun? Die Radschrauben nachziehen. Reifen und Felge umgehend prüfen lassen. Jetzt müssen Sie die Radschrauben nachziehen. Sie müssen die Radschrauben nachziehen. Die Antwort 2 ist richtig. Bin ich mit dem Reifen brutal über oder an ein Hindernis gefahren, ist es möglich, dass es zu einem Schaden gekommen ist. Das sollte ich unbedingt prüfen lassen. Die Antwort 2 ist richtig. Die Antwort 2 ist wichtig. Welche Red Dead sind darauf? Sie sind die wir, die die Radschrauben nachdem. Sie haben sich die Radschrauben und die Radschrauben bekommen. Sie sagen, dass Sie viele Reifen haben. Sie haben sich zu sagen, dass Sie die Radschrauben nachher abhängen haben. Sie haben vor dem Lied. Sie haben sich aber nicht zur Radschrauben nachher. Sie haben sich mit Radschrauben nach der Radschrauben. Die Scheibenwaschanlage funktioniert nicht. Woran kann das liegen? Kein Wasser im Vorratsbehälter. Sicherung defekt. Düsen verstopft. Die Scheibenwaschanlage funktioniert nicht. Die Scheibenwaschanlage funktioniert nicht. Ich bete das Rechner in Deutschland. Die Scheibenwaschanlage funktioniert nicht. Ich sollte die Scheibenwaschanlage verbessern. Sie fahren mit der Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn und möchten diese an der nächsten Ausfahrt verlassen. Wie müssen Sie sich verhalten? Ich setze die Geschwindigkeit auf dem Ausfädelungsstreifen deutlich herab. Ich setze die Geschwindigkeitsbereits auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn deutlich herab. Ich beende Überholvorgänge rechtzeitig. Ich setze die Geschwindigkeit auf dem rechten Fahrt verlassen. Die Antworten 1 und 3 sind richtig. Möchte ich von der Autobahn abfahren, beende ich rechtzeitig jeden Überholvorgang, um mich rechts einzuordnen. Fahre ich dann auf den Ausfädelungsstreifen, muss ich meine Geschwindigkeit stark verringern, weil ich meist in eine enge Kurve fahren muss. Vielen Dank. Und wenn ihr hier seid, dann geht es um die Heiwei-Mis-Wat-A-K-U-N-A-B-T-A-B-E-B-T-E-R-G-A-S-L-A-Z-H-W-A-S Untertitelung des ZDF, 2020